Ich hab nur blind drauf gehalten mit dem Sturmgewehr, um das kaputt zu machen, das Zeug. Ich hab geguckt, wo Haie hinschießt und dann wo die Gegner sind und dann geguckt, ob ich einen treff. Wir hatten auch ein bisschen Glück, damit es am Ende bei uns war der Kreis. Die mussten raus, die konnten da nicht bleiben. Die wollten auch zum Ding. Die wollten zu der Truhe, genauso wie unser Typ. Deswegen ging das so schnell. Ja gut, aber wir hätten auch warten können einfach, das war so. Ja, die waren ja fast direkt neben der Truhe. Die mussten zu uns kommen, das war geil. Na, ich bin grad zu dem Typ hin, um wiederzubeleben und bin auf Minigun gegangen, weil ich hab ne Minigun hier. Legendäre. Wie denn? Ja, du musst die auch mal auspacken. Ah, Mann ey, ich glaube aber, ich hab das grad gar nicht aufgenommen, fuck. Ah, nein. Ja, das Ding ist, ich hab's ja zur Not im Stream drin, also kann ich's rausschneiden. Da gewinnen wir einmal. Oh, wo geht's hin? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Ich weiß nicht, was das ist, wenn man von bald da hin? Wir sind nur zu dritt. Ja. Gehen wir mal dahin. Wo ist das? Weiß ich nicht. Ich glaub, dieses Motel waren wir da nicht schonmal. Kann sein, weiß ich nicht. Mit diesem Motivenstuhl kann das sein? Wirklich. Aber ich glaub, da ist einer vor uns. Wenn's nur einer ist, dann gehen wir gleich auf den. Oh ja. Das sind nur zwei mittlerweile. Ja, das ist auf jeden Fall das Motel. Ah, ich glaub, die sind weiter geflogen als nur zum Motel. Alter, das sind wir doch vorhin, verreckt. Ja, ja, das haben wir vorher schonmal. Mhm. Ich geh gleich mal meine Goldrohr wiederholen. Nein, das schaff ich nicht. Nein, ich bin unten gelandet. Aber die Folge hol ich mir jetzt garantiert aus dem Stream raus. Ich geh jetzt Leute. Irgendwie ist ja echt nicht allzu viel. Müsst mich verarschen. Da hat man eine goldene Truhe. Da ist nur so eine Pilzwaffe drin. Ich pack's nicht. Oh, Truhe. Da ist irgendwo eine goldene Truhe. Episches Sturmgewehr mit... Ja, Mann. Ich hab meine Lieblingswaffe jetzt auf Episch. Hehehe. What about jemand? Wo? Den hol ich mir. Ich hol ihn mir. Wo? Hier draußen. Oh, fuck. Der war sind zwei. Nein, nicht töten! Nicht töten! Nein! Tu es nicht! Der ist tot, Kevin. Da ist auch nochmal einer. Ich hab den schon ein bisschen angeschossen. Nein. Ah, fuck. Das ist nichts, Kevin. Nein! Da ist noch mal einer. Fuck! Mist! Die Runde läuft nicht so. Das ist die, wo ich gerade hatte. Mega! Das ist dieses Schnellfeuer-Ding. Und das ist auch noch ein Episch dann. Ah, das ist noch ein Schilddrang. Und eine Uzi. Egal, du kannst ja noch ein bisschen auffallen. Du hast ja nur 14. Und wenn du die Uzi willst, da oben liegt sie. Episch. Ja, Hansi, jetzt liegt es an dir. Platz 1. Ja! Ich will auch kurz noch pissen. Ich will mich rechtzeitig zu... Wenn er... Warum sterbt ihr denn auch? Da sieht man mal, wie gut ihr ohne mich seid. Traurige Smiley. Hehehe. Ich will wirklich noch einen rauchen. Ja. 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 Die Zeit. Ja. Vielen Dank. Ich habe gerade noch einen geholt, aber wurde gleichzeitig von Amanda erschossen. Ich habe einen geholt, aber wurde von der Seite erschossen. Ich habe einen neuen Hängegleiter. Wo kriegt man was her? Alter, ich war gerade in meinem Spin drin. Cool, ich habe auch einen geilen Gleiter. Ich habe so einen roten Papierschirm. Tatsächlich, ich habe auch so einen roten. Ey cool, den nehme ich. Aber sonst habe ich noch nichts bekommen. Ah doch, den gelben, den blauen müsst ihr auch haben. Da steht der Sagenumwurf, den Regenschirm des Sieges. Also sollte sie ihn auch haben. Ja, das ist ja der Standardding. Ich habe einen Hängegleiter dann noch und dann diesen roten Papierschirm. Es gibt einen Regenschirm, Hängegleiter und Papierschirm. Ja, die drei habe ich auch. Ja, genau. Ja, genau. Ich nehme jetzt mal einen Papierschirm. Habe ich auch. Das sah so niedlich aus. Cool, was nehmen wir für ein Ding? Für ein Symbol, was hätten wir denn da geiles? Boah, ich nehme Kaffee. Was bringen mir die 3-Path-Dinger? Ah, nein. Oh, gut, ich auch nicht. Haben wir auch schon geantwortet? Ah. Ja, mit B tanzt man. Äh, aber auch nichts. Was? Mit B tanzen. Ja, B tanzen, ja. Wohin? Weiß nichts. Also der Gelbe will zu Tilted Towers. Ja, der Gelbe will zu Tilted Towers. Da muss alle hingehen. Wo gehen wir hin? Dann gehen wir hier in dieses komische kleine Kack-Dings da wieder. Welches kleine Kack-Dings? Ah, okay. Das ist nicht so ganz in der Stadt, aber auch da ist vielleicht so irgendwas. Pass auf, ich bin jetzt schon rausgesprungen. Ich auch. Ich glaube, das ist okay. Hä? Der hat das Ding weggemacht. Die Markierung von dem... Ich habe die Markierung verloren. Egal. Ich bin jetzt mal hier gelandet einfach. Wo ist hier? Egal, da unten... Wir haben bei euch in der Nähe. Hansi, du musst schon weiter nach rechts, glaube ich. Guck mir jetzt hier erstmal die goldene Truhe. Ich versuche auch in der goldene Truhe zu landen. Nein. Hab's verkackt. Ich auch. Oh, bei mir ist ein Gegner am Alex. Ja, ich weiß. Guck mal, ob ich mir den Gegner gleich holen kann. Oh, das ist ne große Truhe, ist sehr schön. Oh, hier sind noch mehr Gegner. Oh, fuck, hier knallt's überall. Nein. Der hatte ne Pumpe. Das ist ja nicht so lange gedauert. Ja man, ich habe meinen ersten Gegner erledigt. Mich hat meinen nicht ganz erledigt. Ich bin der einzige der gelandet ist. Ich und fünf Gegner, das ist ja geil. Hansi ist bei mir, das finde ich gut. Jo. Woher bist du denn gestorben, Alex? Äh, keine Ahnung. Auf der Nähe von so einem Schornstein. Da ist ne goldene Truhe übrigens auf dem Schornstein. Und da waren... Da ist ein Gegner, Hansi. Fuck. Nein, oh, das sind noch mehr. Das sind die Wichse. Ja, jetzt kommen wir ja neu starten. Ja gut, das hat jetzt nicht lange gedauert. Ja, die sind, dass die da zu dritt waren, die Wichse. Ja, bei mir auch. Einen habe ich geholt. Ich habe auch einen gekriegt. Aber nicht ganz, also der hat noch gelebt. Naja, wenn zwei noch auf dich schießen, dann juckt dich der dritte, der am Boden rumkrabbelt nicht wirklich. Naja. Immer drauf. Drauf? Drauf? Drauf auf die Fresse. Ich habe noch null Kills im Team. Wow. Läuft bei mir ja richtig. Bleibe im Sturm des Auges. In dem Auge des Sturms. Ja. Wohin diesmal? Eine Frage. Danke. Wo fliegt man denn? Gehen wir wieder in die Woods. Ganz hintere. Wo hintere? Ja, da in die Woods, wo du gesagt hast. Ja, dann gehen wir dahin. Da kann ich auch anfangen raus und dann erstmal fliegen. Kommt nicht mal bis dahint rein. Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch mit Fallschirm. Reicht's dann schon. Denk auch. Oh, das wird eng. Doch, das geht, das geht, das wird. Oh Gott. Kevin ist doch direkt neben mir. Das reicht. Das reicht ewig, Kevin. Ja. Wo ist die goldenen Truhe? Oh, da. Oh, da. Oh, da. Oh, ich hab nen. Ich hab nen. Ich hab nen Schnürfsaft. Bekommen. Sehr schön. Alter, Kevin. Mach nen Scheißchen. Hm. Ach, das ist das Ding. Oh. 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 So schlecht sind wir doch gar nicht gelandet. Ich hab jetzt ja nur ne Pistole. Hm. Ja, das heißt ihn da auch. Mal gucken, was es da noch so gibt. nix doch ein stein Alles abmontieren hier, was geht Ja, man könnte ja irgendwas übersehen haben So, weiter geht's Irgendwer hat geschossen Ich bin so weit weg von dir Das kann auch gut sein, dass einfach nur unser random hier war Wer hat 200 Holz? Ich hab 200 Holz Ich seh dich, Kevin Boah, Alter Da auf dem Motor rum und dann geht die Alarmanlage los Mein Herz Wuh, wuh Was denn? Toll, ne Sprungfall in die epische Ist doch geil Ist doch geil Ist nur so wenig Also, die Runde läuft's bei mir jetzt nicht so wirklich gut mit Sachen Ne Ich hab auch nur eine Ich hatte zwar schon noch ein anderes Gewehr, aber das war nicht Eier geschmissen Nur eins Ja Ich hab glaub ne Schrotflinte und ne Pistole, aber Das ist halt eher so Naja Naja, wo sollen wir uns da hinbewegen? Groß in die Stadt, oder? Naja, ich brauch Waffen Dann gehen wir halt mal runter nach Retail Raw Welches ist auch in dem Ding drin? Voll Schadensfalle Der Moni Ich seh niemand von hier oben Ich hoffe da liegt irgendwas halbwegs Gutes rum Und? Ja Ah ah Boah, doch da hat's Ding In Fortbahn Sehen wir den immer doch mal mit Ich hab eh nix besseres gerade Naja, da war auf jeden Fall schon jemand hier, wo ich jetzt grad war, war schon gebaut und so Boah, da hinten liegt ne Pistole Bistole Bistole Gute Ich hab' ich denn da Oh da hinten liegt was Bistole Was Ich hab' ich denn da Hier wird definitiv schon jemand. Was war das? Das ist jetzt langsam das Ding, das Gas kommt. Schon wieder. Aber wir sind mittendrin, das ist ja geil. Also so ergiebig ist es hier ja jetzt nicht so. Nicht wirklich. Das ist grad ziemlich traurig hier würde ich ja auch sagen. Das war halt doch schon abgegrast. Ja. Guck mal ob es da oben noch irgendwas gibt. Wow. Ja geradeaus hoch. Oh wir sind nicht mehr innerhalb des Kreises. Ja wir haben ja noch ein bisschen. Oh der Typ ist tot. Ich glaub der hat einen Disconnect. Okay. Da ist bei mir so ein Zeichen neben dem. Ja das sieht fast nach Disconnect aus. Ich glaub da hinten wurde jemand erschossen. Oh. Schrot oder? Granaten. Ich glaub das ist irgendwo ne. Voll ne Tue ich. Ich hab zumindest was gehört. Ja. Ja. Ich hab noch Platz frei. Der kann das Medikit dann nehmen. Ich nehm's mal. Ah cool. Das stackt sogar. Ich hab nämlich schon eins gehabt. Also wenn jemand eins braucht. Ich verbände das stacken auch. Oh nice. Da ist ne gute Waffe. Endlich. Let's see. Das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. So dann komm's auch mal. Vorbewegen dann. Ja. Hansi dann nehmen wir- Der ist nochmal ne Medikit. Supporther? Medikit. Oh nice das ist echt medikit. Hansi ist unser supporter. Ich hab die Verbände der Haie hochgekriegt. Ja hier oben. Boah da ist ein Sniper und ein Medi-Kit. Und nochmal ein Medi-Kit. Einen Schuss sehr geil. Gibt es ein grünes Sturmgewehr? Ich hab das jetzt doppelt. Kannst du mitbringen. Ich hab schon... Jungs, lauft mal. Alter, bei mir lecken. Ja, ich schaff mal locker. Ich hab jetzt 3 Medi-Kit. Wenn ich das scheiß Medi-Kit mal aufnehmen könnte. Ich hab ein Medi-Kit. Da oben liegt noch ne goldene Truhe. Geh auf den Truhen vielleicht hat's da irgendwas geiles. Hör mal ein Granatwerfer. Hä? Alter, warum ist denn der Scheiß bei mir so übertrieben? So macht's keinen Spaß. Da kommt's Gas. Fuck! Was tun? Komm, gib Gas. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, shit. Nein, das wird nicht überleben. Alle laufen in die falsche Richtung. Dann wird's hier. Wow. Oh, fuck! Oh, guck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! mich jemand. Ja. Hier ist noch ein Schild dran. Hier ist noch ein Schild dran. Rettet mich. Rettet mich. Rettet mich. Oh Mann. Das war natürlich der. Den Haft Alex. Wie finde ich das meine äh. Was? Bauweise da oben. Hier ist noch ein Schild dran, falls ihr den brauchen großen. Ich mag meine Bauweise. Ja, ich will Spaß. Ich will Spaß. Ich will Spaß. Mich beobachtet. Da, Alex, da in dem kleinen Gebäude ist ein Schild dran, falls du brauchst. Ja, brauch ich. Weil ich klein komme jemals. Ein großer oder ein kleiner? Oh, sogar ein großer. Jetzt läuft es aber hier. Was ist denn das für eine komische Ding? Ich glaube, es war so ein Luftballon. Ich glaube, es kommt da. Einer? Ah ja, da kommt einer. Oh, dann wäre ich jetzt aber lieber vorsichtig, dann wenn bestimmt noch welche kommen. Das kriege ich wahrscheinlich. Was ist das für eine komische Ding? Oh, dann wäre ich jetzt aber auch mal ein bisschen weg. Oh, dann wäre ich jetzt so ein bisschen weg. Ich bin voll. Ich nehme nichts. Was ist das für eine Karte? Das ist ein Minigun. Das ist ein Granatwerfer. Will den jemand? Ich hab schon einen. Ich hab ihn genommen. Alex nur bei mir oder? Ja, ne, bei mir auch. Langsam müssen wir auch aufpassen. Nur noch neun Leute und kleine Sch... Kreis sich ziemlich klein. WUH! Auf mich auch? Nein, ich bin hier hinüber. Da war gerade jemand. Da unten läuft der eine... Hansi, na auf der anderen, genau an der gegenüberliegenden Seite. Der baut sich nach oben, der baut sich nach oben. Der baut gerade die Treppe nach oben. Jetzt kommt, Achtung Hansi, auf der Treppe, wo es sich gerade auch vor dir aufbaut. Über dir, über dir, über dir, über dir, über dir. Ah, fuck. Ich hab keine Treppe gesehen. Achso, eh, schade. Nein, ich hab gedacht, ich kann mich hier gut verstecken. Achso, Alex, die sind da... Achso, rechts von hier oben, rechts oben. Ah, schade. Er steckt so... Keine Chance. Erst wird jetzt halt die Granatwürfe, die... Die explodieren nicht bei Aufprall. Sondern? Weiß nicht, das ist erst nach einer gewissen Zeit. Aber Alex schießt drauf, die Granate pallt einfach nur an der Treppe ab und dann... Ja, ja. Lassen sie jetzt schon wieder los. Halde, wie der Typ sich hochbrot. Mit dem Drecks Internet. Halde, wie der Typ sich hochbrot. Halde, wie...